irgendwie war das jetzt klar weil richtung a weiß dass ich da kämpfe und richtung b weiß dass ich da ähm wie sagt man dass ich da auch äh dass ich da auch vielleicht hinlaufe aber dass ich von hinkommen war eben dir nicht klar oder da war der hat also was sagst du jetzt bis die also derjenige wo 14 hat oder 16 wir hatten am anfang ja 16 gesagt also würde ich jetzt mal sagen ja okay dann hat mit 16 heißt es eben dass wir da eine karte machen müssen müssten sollte ich gewinnen wenn wir wenn du gewinnst müssen wir auch nein 8 plus 8 ist 16 das wirklich ich habe 6 6 und 6 also steht jetzt gerade wieder die terroristen die haben sie ein bisschen taulungsvorteile ich sehe es eben wenn sie eine nächste runde hole ich mir ich krieg ja da ist die sorg jetzt aber baby run so ist kriegst du erst mal hier wo hat die getroffen ach du scheiße hat die weit unten getroffen es ist natürlich die blend ist immer jetzt die frage wo kommt da jetzt wünscht ihr so was wie hier so das feuer also irgendwie irgendwie war ich das jetzt die runde mit manchmal bis zum ehrmäßigen erfolg ich habe beide so gekämpft so Aber du standest hier mit ein bisschen schlechteren Positionen. Ich stehe schon das gesamte Gefecht in der schlechteren Position. Mein Volk ist das umbiges Waffenangebot. Das dürft jetzt dich ein bisschen aufhalten. Grenade! Dann würde ich nicht natürlich jetzt gerne, wo die Granate getroffen hat. Ob die getroffen hat. Weil durch den Rauchwerfen ist es ein bisschen schwieriger. Ja, okay! Nein! Oh, shit! Ich spiel mit einer Pistol, mit einer Tech-9 auf Long Distance und du holst mich einfach nicht weg. Ich spiel mit der Kanten fest. Ich spiel mit der Kanten an. Dann wговere dich an. Der ist die Kanten an. Ich spiel mit dem Geruchwerfen. Ich spiel mit einer of die Kanten an. Das ist die Kanten an. Ich spiel mit dem Schwanen, und ich spiel mit dem Schwanen. So, jetzt habe ich den Anschluss verloren. So, jetzt habe ich den Anschluss verloren. Ich wollte jetzt behaupten, du gehst A, aber sicher bin ich mir nicht. Also spätestens jetzt, nachdem du denkst, dass ich A gehe, würde ich doch B gehen. Aber dir bleibt nicht mehr die Zeit groß umzudenken. Okay. 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 Das war jetzt ein psychologisches Spiel. Nein, ich bin von oben gekommen, deswegen. Ja, ich habe deinen Karten gesehen. Was? Ich war ein Schatter? Wie groß der? Ne, aber ich habe mich jetzt gerade, also ich habe jetzt, es war jetzt wirklich reine Psychologie, weil ich habe jetzt wirklich vermutet, du kommst eher drüben. Also, dass du eher Richtung B gehst. Aber nachdem du da irgendwo nach 15 Sekunden nicht angetanzt bist, habe ich mir dann gedacht, okay, dann ist er doch drüben. Irgendwie ist das Schwachsinn. Diese, also Ködergranaten sind Schwachsinn, Drachen, das kann ich dir jetzt schon so sagen. Äh, du dachtest, das ist eine Köder? Ja. Okay, dann warst du selbst, aber ich habe, äh, aus der Entfernung kann ich's nicht. Du hast nicht die Glocke gehört. Ne. Ich kann, ey, ey, ey. Dann bist du scheiße. Das hört man aus der Distanz nicht. Das hört man. Vielleicht habe ich das eine vielleicht als Schuss interpretiert, aber ich habe da nur drei Schüsse gehört. Da waren zwar vier aber ja alle. Boah. 10.000. Ne, also ich habe nur drei gehört. Ähm. We are out of here. Äh, zack. Weißt du eigentlich, ob eine Granate in der Hand explodieren kann? In diesem Spiel nicht. Warum? Nur so. Also ich weiß, dass in Far Cry 3 die in der Hand explodieren kann. Nein, Far Cry nicht, also. Far Cry 3 doch. Wenn du sie abkochst. Abkochen? Far Cry. Ja, das schafft eben nur Far Cry. Ja, das schafft eben nur Far Cry. Bist du gerade weg hier? Ja. Ja, hört man. Ja, bei einem Messer? Nicht, oder? Du hörst das Messer aber über die gesamte Map. Ja. 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 Ja.